Die schöne Atmosphäre, viele Stirnwänder, ich glaube, das ist so emotional für ihn ganz gut gewesen. Der geht immer ab, also es ist ein richtiges Unikum. Im August findet Sommercamp statt für Kinder und Jugendliche. Ich will unbedingt dieses Camp zusammen kriegen, damit die 150 Kinder eine Woche lang begeistert Volleyball spielen können. Dafür brauchen wir noch ein bisschen unterstützen. Spendet, damit wir dieses Camp machen können. Dankeschön.